Ich hatte ja viel Zeit nachzudenken. Was heißt das? Das heißt, dass wir im Moment davon ausgehen, dass Lillys Herz vielleicht noch ein Jahr eigenständig arbeitet. Du wirst doch wieder gesund. Aber ich brauch ein bisschen Startkapital. Die würden Lillys Werte manipulieren. Wie viel? 30.000. Gib mir die gottverdammte Tasche, Mann! Hier, hier, komm! Gib mir die gottverdammte Tasche, du wirst... Warndreieck und Erste-Hilfe-Kosten, bitte. Heuverletzten-Kollegen brauche, Herr Tewi. Ich habe zwei Tage Zeit, mir 100 Milit zu bringen. Das ist Business, Dicke. Ich stecke dieser verdammten Fotz in den Knarre in den Mund und sage, gib mir die Scheiße zurück, du Hure. Die Überst compañer delegieren dieyani, Herr Tewi. Wie ist das? Was ist dieses Business? Das war's.